Volksmusikikone vereinsamt, selbst Florian Silbereisen meldet sich nicht mehr. Früher wurde Volksmusikstar Margot Hellwig von zahlreichen Fans und Kollegen gefeiert, doch heute kämpft sie gegen ihre Einsamkeit an. In München, über sechs Jahrzehnte hinweg, begeisterte Margot Hellwig, 82, zusammen mit ihrer Mutter Maria ein Millionenpublikum. In den letzten Jahren musste der Volksmusikstar jedoch viele Verluste hinnehmen und hat kaum noch Kontakt zu ihren Volksmusikollegen, selbst nicht zu ihrem Pflegesohn Florian Silbereisen, 42. Nun spricht sie offen darüber, wie sie mit ihrer Einsamkeit umgeht. Ich fühlte mich damals wirklich verlassen, sagt Margot Hellwig in einem Interview. Heute lebt sie allein in ihrem Haus in München. 2010 starb ihre Mutter Maria. Sechs Jahre später verlor sie auch ihren geliebten Ehemann Arthur Linder, 90. Kurz vor Weihnachten ereilte sie der nächste Schicksalsschlag, als ihr geliebter Hund Leni starb. Das war wirklich sehr traurig für mich, erzählt Maria in einem Interview mit der Zeitschrift Woche der Frau. Der Vierbeiner war im Alter von 14 Jahren an Altersschwäche gestorben. Ich fühlte mich damals wirklich verlassen und habe mir daher noch vor Weihnachten einen neuen Hund geholt, verrät Margot weiter. So kümmert sich die 82-Jährige und ihren elf Jahre alten Shiva und ihren Garten, der zu ihrem kleinen Haus in München gehört. Auch von den vielen Reisen hat Margot genug. Ohne meinen Mann BZW. Meine Mutter Maria ist es nicht mehr dasselbe, sagt sie. Von ihrem einstigen Dasein als gefeierte Volksmusiklegende bleiben heute nur noch Erinnerungen. Zu ihren Kollegen hat sie inzwischen kaum noch Kontakt. Michael Hartl hatte ich mal liebe Worte geschrieben, als es ihm so schlecht ging, erzählt Margot weiter. Doch inzwischen herrscht auch zwischen ihr und dem einstigen Sänger des Volksmusik-Duos, Marianne und Michael, Funkstille. Auf die Frage, ob sich wenigstens ihr Pflegesohn Florian Silbereisen bei ihr mal gemeldet hat, macht Margot hellwig ein trauriges Geständnis. Nein, antwortet der Volksmusik-Star, aber dafür habe ich Verständnis. Die jungen Leute haben alle so viel zu tun, um die Zeiten werden ja nicht leichter. Sie ist sich bewusst, dass ihr einziger Pflegesohn stark in das Geschäft involviert ist. Für Florian Silbereisen laufen derzeit die Vorbereitungen für das Schlager-Oppen-Eier auf Hochtouren. Trotz ihrer Einsamkeit und der vielen Verluste zeigt Margot hellwig große Stärke und versucht, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Ihr Lebenswille und die Liebe zu ihren Tieren und ihrem Garten geben ihr Kraft in diesen schweren Zeiten.